Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Ina Dölken. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und seit 2007 bei den Paracelsusschulen tätig als Dozentin und möchte Ihnen heute die Weiterbildung zum Entspannungstrainer bzw. zur Entspannungstrainerin vorstellen. Heutzutage ist die Vermeidung von Stress wichtiger als denn je. Nur wenn wir in Balance sind, haben wir die Möglichkeit, ein ausgeglichenes und zufriedenes Leben zu führen. Als erstes Modul möchte ich Ihnen gerne die progressive Muskelentspannung vorstellen, ein An- und Entspannungstraining des Körpers. Es geht da um die Körperwahrnehmung. Als zweites Thema haben wir das autogene Training. Autogenes Training heißt, die Schwere und Wärme des Körpers zu empfinden. Ja, unser nächstes Thema ist die Oberstufe des autogenen Trainings. Es geht um Visualisierungstechniken und um Meditationen, praktische Meditationen, dynamische Meditationen und auch die stille Übung. Als nächstes werden wir uns mit der Entspannungswirkung von Licht und Farben beschäftigen. Licht und Farben haben eine sehr heilsame Wirkung auf unseren Körper. Bei unserem nächsten Thema Qigong geht es um sanfte dynamische Bewegungen, die zu mehr Ruhe und Gelassenheit führen. Im weiteren Verlauf unseres Seminars werden wir uns mit der Chakraharmonisierung beschäftigen. Chakraharmonisierung bedeutet, dass wir unsere Energiepunkte im Körper wieder in Einklang und in Balance bringen. Die Chakraharmonisierung und die Entspannungswirkung von Düften ist eine wunderbare Art und Weise, den Körper in Balance zu bringen. In unserem beliebten Klangschalenmodul lernen Sie Meditationen mit Klangschalen und natürlich auch die Grundlagen der Klangschalenmassage am Patienten. Die Ausbildung zum Entspannungstrainer oder zur Entspannungstrainerin ist gedacht für Heilpraktiker, für Psychologen, für Ärzte und natürlich auch für 92 sehr erfolgreich als Entspannungstrainerin tätig. Seit 2004 bin ich Heilpraktikerin für Psychotherapie in eigener Praxis mit Schwerpunkten Entspannungstraining, Burnout, Depression und Ängsten. Seit 2010 bin ich sehr erfolgreich in Großfirmen im betrieblichen Gesundheitsmanagement tätig und weil dieses Thema wirklich sehr interessant ist, würde ich mich freuen, Sie in meinem Seminar begrüßen zu dürfen.